hallo und herzlich willkommen wir haben endlich rubine 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 suchzeit knapp zweieinhalb stunden er schnauze voll aber sowas von leute ich würde sagen wir gehen jetzt zu ward erstmal ein herzlich willkommen falls ich das gerade vergessen habe endlich meine fresse ja ich habe jetzt auch die schnauze voll zu suchen dass das muss reichen also haben wir noch einen kleinen ja wie soll ich sagen bonus falls wir noch irgendwas brauchen also nee das muss ich nicht noch machen wenn ich ehrlich bin also ich würde auch behaupten da wir sowieso schon gestorben sind einmal ja er klauen wir uns auch nächste mal die gegenstände die wir haben wollen also das war jetzt echt übelst deine macht wo fängt es dann an was hier hier lang hier lang und dann sagt was 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 ja da muss man jetzt hier ganz easy peasy mit dem haken der land darüber hier lang hoch da wäre ich fast reingefallene böse 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 so damit es passt machen wir auch direkt ab hier weiter so das wäre der hier lang 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 dann müssen wir hochheben hier lang ich wiederhole mich gerade so ein bisschen juhu toll du hast es geschafft hallo war ich bin war der musik aber das weißt du willst du unsere neueste komposition hören es kostet dich nur lächerliche 300 roben was ist der gut ach ja dann mach uns mal ein treller treller steile 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 ist super super war ja super war super war man das klingt so schäbig und schief das ist echt zum kotzen aber sonst ganz gut für frösche aber hey ist auch jetzt mal langsam auch vielen dank quark jetzt kennst du also den kröten spielst du diese melodie wird sich manches in deiner umgebung etwas lebendiger fühlen youtube wir gehen zu ulira warum ganz einfach weil ja ich nicht ganz genau weiß wohin ich habe gerade kein schwert die sind aber auch so was von scheiße tut tut ja julira warst du schon im maskentempel er ist nördlich von zoodorf eine hübsche ruine klickt tut ja das problem ist ich habe den schlüssel doch gar nicht wir können aber mal hin ich habe da so eine idee oder auch nicht das kann ich noch nicht sagen was zwar hier war je nicht nur gut da die 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 laufen jetzt eigentlich richtig ich laufe einfach wenn ich ehrlich bin Aber ich glaube wohl, hoffe ich, hoffe ich, merken wir wohl. So, heute ist übrigens nicht so windig. Ich habe die Aufnahme-Session generell gestoppt nach dem elendigen Rubinesuchen. Weil ich echt Angst hatte, dass halt der Wind zu extrem pfeift, sodass ich das irgendwie gar nicht mehr wegkriege, dann wäre das auch blöd. Deswegen, heute ist schön ruhig. Kein Wind. Also passt das. Was war hier? Ach, da war das Windei. Genau, da brauchen wir ja noch gar nicht hin. Ich kann mich gerade nicht erinnern, hier irgendwie schon mal gewesen zu sein. Aber hier war ich schon, das weiß ich. Aber was habe ich hier gemacht? Keine Ahnung. Wir gehen weiter rechts. Rechts ist immer gut. Naja, also, nach. Ihr wisst, was ich meine. Hallo. Patsch, patsch. Ah, jetzt bin ich hier. Dammit. Kacke. Wollte ich gar nicht hin. Wo war der Maskentempel denn nochmal? Ach ja, diese komische Flasche, die habe ich mir bei Geier-Walli besorgt. Die gibt mir Herzchen, Leben, keine Ahnung. Was ist das? Hühnerstall. The fuck? Äh, ja. Das war Level 6 Maskentempel. Ach, wir müssen da unten hin. Ach, verdammt. Kacke. Kann man hier irgendwie... Bestimmt. Bestimmt. Wäre schlimm, wenn es nicht geht. Ja, wollte ich auch schon sagen. Sind aber auch Drecksviecher. Meine Fresse. Ganz schlimm. Also, ich muss ja wirklich sagen, mein Mikrofon ist wirklich einfach Bombe. Man hört so dermaßen den verdammten Controller, wenn ich drauf rumdrücke zum Schwimmen. Hört das? Das heißt, ich muss den Controller schon voll weit wegnehmen, ey. Ich sitze hier voll in so einer sowas von beschissenenem. gekrümmten Haltung. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Sind wir als hier? Sind wir da, wo wir hinwollen? Mehr nicht ganz, ne? Oder? Karte. Karte. Ah, fast. Müssen da rechts. Schon wieder rechts. Immer rechts hier. Ah, hier. Genau. Wenn wir jetzt hier trellern, haben wir vielleicht... Glaube ich aber nicht. Weil... Ach, keine Ahnung. Wir gucken. Wir probieren es aus. Ups. Ja, so... Na okay, das klappte nicht. Dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal zum Maskentempel. Den kann ich auch nicht, aber den immerhin. Ui, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Nein. Das Problem ist, wir haben halt den Schlüssel gar nicht. Was ist denn, wenn ich denn hier spiele? Schrecklich, das Lied. Aber nein, das bringt einen Scheiß. Ja, warst du schon ein Maskentempel? Ja, toll. Ich habe den Schlüssel nicht. Wo kriege ich den denn her? Erst im Süden, hat die Eule gesagt, ne? Maskenschlüsselloch. Hm. Was hat das so bedeuten? Ja, dass ich einen Schlüssel brauche, du Idiot. Manchmal glaube ich auch, dass du ein bisschen dumm bist. Das ist jetzt natürlich doof. Ist es wirklich besser, wenn ich... Ja, ich gehe mal hier in Karte. Jetzt bin ich so ein bisschen... Was ist denn da unten noch? Da oben müsste der Bootsverleih sein, genau. Aber hier ist ja auch noch so alles zu. Gehen wir mal da hin. Finden wir doch bestimmt was. So, da waren wir ja schon. Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Ach komm, irgendwo muss ich hier doch hochkommen. Da geht's doch. Karte sagt, da unten schon wieder. Hui, das war knapp, das war knapp. Hey, oh Mann. Ah, das ist das so doof. Können wir da irgendwie von hier rum, dass wir da eventuell noch ein paar Sachen übersehen haben? Oder nicht weitergekommen sind? Das sieht echt so aus, als wenn ich da nicht wirklich hinkomme. Ah, das sieht doch hier gar nicht mal so schlecht aus. Ja, nehmen wir mit, haben oder nicht haben. Kann ich die mit Schwert? Nicht wirklich, ne? Dann brauchen wir Pfeile. Bam. Bam. Dann gucken wir uns hier mal durch. Weil hier waren wir ja dann wirklich noch nicht. Was sagt die Karte? Doch, da waren wir wohl schon. Aber halt noch nicht überall. Das habe ich wirklich für so ein blödes Vieh, so ein Pfeil verbraucht hier. Vorteil ist ja wirklich, die gehen wir ja wieder. Das ist ja dann halb so wild. Aber wir kommen doch, natürlich kommen wir da weiter. Eitsch. Wenn wir schon mal hier sind, können wir so auch, so gut wie es geht, alle platt machen. Hm, als wenn ich jetzt irgendwo noch mal ein Rubin liegen lasse. Zumindest nicht mit Absicht. Na, das geht natürlich nicht, war klar. Zwei Minus gemacht. Geht ja noch. Wo bin ich denn hier? Ach, du heilige Makrele hier. Pfeile sind gut. Ah. Naja, dürfte ja eigentlich nicht wirklich ein Problem sein, ne? Meine Rote ist viel schöner. Nein, 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 nein. Hui. Ha, 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 ha. Wie viel Klettbauten hier gibt es einen Tempel? Ach, ach, denn ja genau. Den Tempel. Was ist das? Der Maskenschlüssel. Er gehört nun dir. Kuh, hell. So, dann können wir was lesen hier. Oh, Eiland Kukulent. Bist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Weg zu den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Traurig, traurig. Wir fletzen jetzt fix zum Maxen... 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 Sprachfehler for the win. Zum Maskentempel, meine ich. Und dann machen wir... Ui, Eule. Du hast das Bild gesehen? Natürlich weiß man nicht genau, ob Kukulent tatsächlich nur ein... Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Der Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Ich vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Ja, du bist doch doof. Nein. Schon wieder den Rückweg laufen jetzt. Schaut mal, wir brauchen gar nicht mehr so viele Schlüssel. Wir haben es bald. Ich weiß, dass ich in Sachen Endkampf bei dem... Bei dem... Ja, letzten Boss wirklich immer derbe... Arschloch. Derbe lange festhängen, ey. Ungelogen, das ist ja echt übel. Da bin ich irgendwie immer zu blöd für. So, dann geht es jetzt wieder zum Maskentempel. War ja gar nicht so weit eigentlich, ne? Müsste er eigentlich gleich um die Ecke sein. Da ist es doch schon. Wunderbar. Hahaha, Idiot, Verschwender. Hahaha, bist du doof? Nein, das war natürlich jetzt sehr überlegt. Sehr überlegt war das. Und wir brauchen wieder Pfeil und Bogen. T-T-T-T-T Und T-T-T In your face. Und hüpp, hüpp, hüpp. Schwimm, schwimm. Äh, da. Bam, 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 bam. Auch immer laufe ich da wieder rin. Der Maskentempel ist einer der Bescheuertsten, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon, das ist richtig kacke. Ui. Okay. Gehen wir rein, um Tschüss zu sagen. Hehe. Brüllon. Level 6. Maskentempel. Leute, ich sage an dieser Stelle Feierabend. Man sieht sich nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschööööööö. Musik Musik Musik